Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema Firefox OS. Zeit bis zum Abschalten des Bildschirms bestimmen. Bei den Einstellungen unter Anzeige können Sie bestimmen, nach wie vielen Minuten sich der Bildschirm automatisch abschaltet. Tippen Sie auf Bildschirm abschalten und bestimmen dort, ob sich der Bildschirm nach einer Minute, zwei Minuten, fünf Minuten oder zehn Minuten oder nie automatisch abschalten soll. Zum Beispiel eine Minute. Abschließend tippen Sie auf den blauen OK-Button ganz unten. Das war dieser Paul von dem Screencast. Ciao und viel Glück. Vielen Dank.